Wir sind hier im Swoop Büro und wir wollten uns mal anmelden für die Rennen und mal wieder ein wenig Geld damit zu verdienen und der Champion zu werden natürlich. Ihr werdet mich respektvoll behandeln, Wurm. Im Blau hab ich nicht so gut. Ich habe auf Tages an dem Rennen teilgenommen. Ich habe dort das Eröffnungsrennen der Saison gewonnen. Ja, also ich bin ein bisschen Fame hier, Junge. So ein Ausschlag. Das ist aber die Wahrheit. Ich bin eine Jedi. Wollt ihr auch mir eine Lüge unterstellen? Diese anbughten Sie uns so gut. Nein, das ist überhaupt nicht so gut. Wir sind hier auf dem ganzen Weg. Und ich bin hier in der Sprechzeit. Ich bin hier in der Sprechzeit. Ich bin hier in der Sprechzeit. Und ich habe ein eigenes Bike auf dem Schiff. Läböda nallin kiesmaatoma Jinkin slimmo podona mulera chikun Nova rundi hautunga kuhunkabhi Rundi hautunga tonkin badnan kongkek Wannakunbis cinfaya muli kun hunkabhi Tuknen tangshow kunnemulira ves Jibedua nanibobo Stattgebühr? Willst du mich vereiern? Warum reduziert die Gebühr nicht? Keine Rennfahrer, keine Zuschauer Läböda nallin kiesmaatoma Jinkin slimmo podona mulera chikun Nova runde hautunga kuhunkabhi Ich bezahl die 50 Credits Läböda nallin kiesmaatoma Jinkundi hautunga tonkin badnan kongkek Was wäre denn noch? Bei welchem Geschäft benötigt ihr denn jetzt Hilfe? Läböda nallin kiesmaatoma Jinkin slimmo podona mulera chikun Niko sepi? Und? Klingt so als hättet ihr einen guten an der Angel Und wobei sollen wir nun helfen? Läböda nallin kiesmaatoma Hat da nicht der eine Typ aus der Kantine davon geredet, dass der so ein toller Fahrer sei? Warum unterzeichnet er nicht? Läböda nallin kiesmaatoma Jinkin slimmo podona mulera chikun Läböda nallin kuhunkabhi Läböda nallin kiesmaatoma Jinkin slimmo podona mulera chikun Ich denke, hier sollte jemand ein besseres Geschäft anbieten, oder? Wenn ihr nicht fair behandelt, werde ich das Gerücht verbreiten, dass eure Rennen gejuckt sind, mein Freund, was wollt ihr dann sagen? Ja, gut, dass wir über Reden so hochgeskillt haben, das macht es etwas leichter. Ich will einfach nur ein Rennen fahren. Ja, hat mir doch schon... Ich habe bereits eine Startgebühr hinterlegt. Na gut, hier... 23,90... Hm... Jetzt labert er mal nicht so viel... Kann nicht so schwer sein... Das war ein schlechter Start. Ah, das ist ein Booster. Ich glaube, wir müssen nochmal fahren. Oh nein, wir haben sogar gewonnen! Nice! Tschüss! Ja, locker. Um... 35-100. Okay, reden wir einfach über... Ich darf nur rennen fahren. Ja, ist ja gut... Und die Hauptkarte... 23,90... 23,90... Okay... Jetzt den Start besser hinkriegen... Das war schon mal etwas schneller... Da, ich habe schon mal gekauft... Ne... Kein Ruckeln hier... Ist nicht gut... Hat es gereicht? Oder? Ja, war schnell genug. Sehr schön. 30 Renn-Bonds. Ich muss noch mal fragen, was es überhaupt ist. Ich möchte über den Gewinn reden, den wir für ein Rennen einstreichen können. Ich habe ein 3-klassenes Team. Ich könnte mir die Abschnitte erklären. Wie sieht die Bezahlung aus? 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 60 Credits? Okay. Ähm, zurück zu meinen Fragen. Ich schnapp nur ein Rennfahren. Ja, ist gut. Kennen wir schon. 3... 2... 2... 221 Das wird jetzt spannend... 221 Das wird schonmal nichts. Oh Gott, oh Gott, da fahr ich schlecht. Zu früh gelenkt, scheiße. Ah, verdammt, ne halbe Sekunde zu langsam, scheiße. Jetzt haben wir auch den Storch und bei den ersten Sachen verpasst. Ich will einfach nur noch rennen fahren, gut, gut. Hier. Schaff, es wäre doch gelacht worden, wenn wir das nicht schaffen. Los, los, los. Und... Verdammt, war schon wieder zu langsam. Wir waren aber schneller als letztes Mal. Warte, komm, das können wir locker schaffen. Okay, gut, 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 kennen wir schon. Jetzt aber los! Das war ein guter Storch. Ich bin ein guter Storch. Ich bin ein guter Storch. Was das? Ich bin ein guter Storch. Nein! Ich bin ein guter Storch. Ich bin ein guter Storch. Ich komme später wieder. Okay. Das war Zoris. Ich beantworte einfach meine Fragen, ja? Ah, das ist auch nicht so interessant. Subpilot, Subcubi. Es gefällt mir, wenn der Champion hier auf unserem Planeten ist. Aber ihr seid vermutlich für Größeres bestimmt. Wenn der Rennzirkus wieder läuft, macht ihr sicher dort mit. Okay, wir sind jetzt hier der Champion von Chatoiden. Komm, wir müssen jetzt mit jedem von den Typen reden. Wir müssen die ganze Zeit in ihrer Alien-Sprache rumreden. Das muss ich auch nicht anhören, oder? Ich werde eher nur selber erzählen, wie toll sie Rennen finden. Und... Ach, nee. Was? Ein Autoprint? Ist das euer Ernst? Soll, wir haben einen Fan... äh, Fan. So ist er, warum nicht? Nur zu. Okay, da haben wir eigentlich alles hier auf gemacht, oder? Ach, wir können doch mit Nico reden. Ich will mir nochmal danken, dass wir in einem besseren Vertrag ausgehandelt haben. Das will ich natürlich wissen, was er uns dafür gibt. Oh, hallo. Ihr gehört auch zu den Rennfahrern, ja? Ich hörte, dass ihr mit Motta gesprochen habt. Naja, ich schätze, es ist immer noch genug Platz für neue Fahrer. Ihr habt meinen Rekord gebrochen. Gut gemacht. Ich schätze, ich bin momentan nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Verträge können einen ganz schön ablenken. Ich sprach mit Motta über euch. Naja, ich schätze, ihr habt ein Recht zu wissen, welche Geschäfte hier so an der Rennstrecke gemacht werden. Wenn man so die Zeiten bedenkt, die ihr fahrt... Ich habe Motta davon überzeugt, euch einen besseren Vertrag zu geben. Ist das nix? Kommt, das ist doch was, oder? Das habt ihr? Das kann ich nicht glauben. Ich meine, natürlich glaube ich euch, aber mit so etwas hätte ich nicht gerechnet. Ich weiß das zu schätzen. Wirklich. Jetzt kann ich mit meinem Bike zu den großen Rennen. Momentan gibt es ja keine so großen Rennen, aber ich bin jederzeit bereit. Wann denkt ihr, werdet ihr aufbrechen? Schwer zu sagen. Ich muss noch ein paar Rennen fahren. Ich benötige die Übung. Immerhin muss ich ja eure Zeit schlagen. Ach, das schafft er eh nicht. Nochmals danke. Ich meine das wirklich aufrichtig. 200 XP. Nun können wir uns ja zurück zum Schiff begeben, da ich glaube ja alles erfüllt habe hier, oder? Oh, das ist eigentlich nichts weiter zu tun. Ah, doch, wir können nochmal zur Jägerhilde gehen und das ganze Zeug verkaufen. Die haben wir ganz schön ausgedünnt. Ich hätte etwas zu verkaufen. Ich hätte etwas zu verkaufen. Ja, ich natürlich. Ich habe gewöhnliche Raidplatten zu verkaufen. Wo ist sie denn, wo ist sie denn? Oh, die kommen auch noch verkaufen. Ne, die verkaufe ich glaube ich nicht. Kann man nicht irgendwie alle auf einmal verkaufen, das wäre lustig. Jetzt muss ich hier nicht hundertmal öfter die Taste drücken. Das tut irgendwann weh. 15.000 Credits. 16.000, yey. Gut. Ich habe etwas zu verkaufen. Ich habe eine Drachenperle zu verkaufen. Naja. Aber ich glaube, die behalte ich lieber. Das kaufe ich mal. Das ist doch etwas Schönes für unseren Toiden. Der freut sich darüber bestimmt. Jürgen, Kerl des Karabiner. Hier bin ich. Gut, da haben wir ja eigentlich alles erfüllt. Und wir können zurück zu unserem Schiff. Nachher, hier lassen wir noch die Kackfiecher rum. Gut. Ähm, die kümmern wir uns das nächste Mal. Und da können wir gleichzeitig noch unser Lichtschwert auffüsten. Da haben wir die ganzen tollen Kirtalle gekriegt. Und da will ich natürlich sehr schnell schauen, was die cool ist. Was die für tolle Effekte haben. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Haut rein. Ciao.